. Das waren Center-Tournel-Gespräche mit der Vereinsführung, aber auch mit dem Trainer. Dadurch, dass ich auch viele Spieler kenne, habe ich mich natürlich informiert. In Suat, Maxi, Jordan, Klünti. Da wurde dann schnell klar, dass ich nach Berlin möchte und für Hertha spielen will. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Olympiastadion. Jetzt, wo die Fans ein wenig wieder zurückkommen können, freue ich mich riesig darauf. Der Weg von der Kabine darunter ist immer etwas Besonderes mit der Rolltreppe. Ich kann es gar nicht erwarten, das erste Spiel im Olympiastadion zu bestreiten. Ich habe alles dafür gegeben, dass ich hier fit ankomme auf jeden Fall. Weil es halt in Aussicht war, ganz klar. Viel laufen gegangen, ein bisschen Krafttraining gemacht. Ich fühle mich gut und bin am Sonntag schon bereit in Köln. Ich fühle mich fit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.